holen alter was macht er der switch muss kackeln der switch ist aber auch ganz gut muss ich sagen sagt er eigentlich können wir unten perfekt ward für baron andy aus dem ward ja ich hab den ward ready den ja pwanda haben wir das Ding ich schau es mal hoch hehehehehe nicht so booha, oben ehh pass auf bitte weg der 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 members ich glaub du stirbst ja natürlich warum rennt denn die Cinder noch rein? ja Midtower wenn die schlau wären würden sie jetzt Baron machen machen wir auch ja dann kommt mal ran doch nicht, ne verschwenden Zeit ja ich könnte ja was rausgraben weiss ich ulti da gleich rein ich ulti da gleich rein kommt mal her ey wieso seid ihr nicht hier ey nein ey ja mach doch nichts an Zeit wir müssen uns auf den Baron vertreten jetzt grab rein jawoll nein nein oh mein Gott das war richtig nice ey Jungs hier unten ok komm halt zu fest irgendwie na klar ich töte das Ding ja fast schon selbst alleine brutal ey ich hab zwei Leute raus gezogen damit die weniger Damage machen die Ult von Pantheon war der Killer alter perfekt hast du mit der Ult gekillt? hast du mit der Ult gekillt? wen? den meinst du? äh ja das war Timing ey was ist das für ne Scheiße grad kriegen wir den? ja wir kriegen den wir kriegen sogar den nächsten ja die Sin naja doch die ja ne oh shit die kommen ja alle oooohh kein Problem die kommen nicht ok nein weg 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 kannst du aber was macht endlich Sinn wieder? ja der ist so behindert geht er weg Twitch ist noch da Twitch ist oben Deported back ich auch ich hab so viel Geld ich muss mal was neues kaufen Achtung ich kann mir nichts mehr kaufen also ein item also ein item nur ja aber echt lustig wie sich das immer wieder dreht oder wie wir das halten ich hab jetzt meine Schuhe ich hab jetzt meine Schuhe ich hab jetzt meine Schuhe er rappt den Amumu immer ganz gut Amumu oder auch komm ihr lauscht ne ich komm da hin da hin aahhh hä ich bin tot ey Jungs weg da die Cutter tötet euch alle oh nein der andere stimmt auch jawohl alter ey alle tot haut alles weg alter alter oh nein meine ganzen Schilder von meinen items die haben so den Arsch gerettet das war so genial ja ihr könnt ja finishen oder ne noch ein Ward für die S-Bewertung noch ein Zweiten für das S-Plus alter hast du den Steal aufgenommen? höh ich? Andi ich hab extra auf unsere Base geguckt damit das nicht aufgenommen wird Spaß auf auf